Hallo Freunde, Willkommen in den NotWombat Studios. Wir produzieren was ganz Neues momentan. Es tut uns leid, dass ihr in den letzten Monaten nichts von uns gehört habt, aber das hatte auch einen speziellen Hintergrund und zwar seht ihr den Hintergrund heute und dazu erzählt euch Otzlot ein bisschen was. Ja, wir arbeiten momentan an einem neuen Film, welcher eine Verfilmung von einem Computerspiel ist, welches wir 2010 entwickelt haben. Es trägt den Titel Tequila Citrus, wenn die Zitrone sauer wird. Ja, hey, hier ist Chriso und ich spiele den Lorenzo in dem Film Tequila Citrus und ja, wie der Cogman eben schon gesagt hat, das Schauspieler hier im Set macht richtig Bock, vor allem mit dem neuen Greenscreen und der ganzen Technik. So was ganz anderes und diesen wunderbaren Kastanien, das macht Freude. Ihr könnt euch auf ein riesiges Spektakel freuen. Ich spiele dabei Easy Pete, einen der Hauptprotagonisten. Und ja, wir haben, wie ihr sicherlich bemerkt habt, sehr viel Spaß und auch sehr viel Talent und Kreativität mitgebracht für euch. Hey Guys, my name is William Pollen Jackson. I'm here at Nut Womber Studios in Saarland, Germany. I arrived yesterday. Been a long time since I've been here. We're having a great time at the studio. We're shooting a new movie. It's called Killer Citrus, Wendy Citrone sauer wird. It's a movie about a game that never released sadly, but we're having a great time at the studio. You guys gonna have a lot of fun with it. I'm playing the role of Pete Myers, guy from the gas station. And also, I'm camera assistant here. Kind of. Not always, but sometimes I'm doing the behind the scenes stuff. And I hope you guys have a lot of fun with our new movie. See you. Und jetzt seht ihr einen kurzen Teaser zum Filmen. Viel Spaß. heard. ihr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020